Hi, ich bin Malte Persicke und in der Winter School 2017 haben wir im Hochschulforum Digitalisierung ein Trendthema für uns entdeckt. Virtual Reality. Da habe ich mir gedacht, wenn schon das Hochschulforum Virtual wird, dann muss ich das natürlich auch machen. Also, HFD Cardboards ausgepackt, aufgesetzt und wir werden 360 Grad. Welchen besseren Platz als den hier könnte es geben, euch und ihnen allen wundervolle Weihnachtstage, einen aufregenden Jahreswechsel und ein fantastisches neues Jahr 2018 zu wünschen. Mit einer immer größer werdenden Netzwerkgruppe im Hochschulforum Digitalisierung, tollen Lehrenden mit fantastischen Lehrideen, motivierten Studierenden und natürlich viel realer Lehre im Virtual Classroom. Ciao und Tschüss.